Eine Besonderheit des PERI UP EASY ist die vorlaufende Geländermontage, die ins System integriert ist. Sie ermöglicht es, im Regelaufbau immer aus gesichertem Bereich die nächst höher gelegene Gerüstlage aufzubauen. Sie bietet Ihnen systemintegrierte Sicherheit ohne Zusatzbauteile und damit ohne zusätzlichen Zeit- oder Kostenaufwand. Eine Bauweise, auf die Sie bei PERI schon seit vielen Jahren zurückgreifen können. Die vorlaufende Montage erfolgt ein- oder zweiteilig. Durch immer wiederkehrende Montageschritte ist der Aufbau des PERI UP EASY einfach zu erlernen. Dies sehen Sie hier am Beispiel zusätzlicher Gerüstfelder. Das vorlaufende Stirngeländer wird ebenfalls aus gesichertem Bereich montiert und kupplungsfrei in den Gerüstknoten eingehängt. Das vorlaufende Stirngeländer ist so konstruiert, dass es nach dem Einhängen eines einfachen Stirngeländers ausgebaut und in der nächst höher gelegenen Gerüstlage angebracht werden kann. Wiederum aus gesicherter Position. Bei der Montage des Treppenaufgangs gilt das gleiche Prinzip wie beim Seiten- und beim Stirngeländer. Es wird aus gesicherter Lage montiert. Denn nach dem Einhängen der vorlaufenden Treppengeländer ist der Monteur im Regelaufbau bereits gesichert, wenn er auf die nächsthöhere Lage aufsteigt.